In dieser Trainingsanheit befassen wir uns mit dem Untergestell PDA 2400. Die Böcke auf beiden Seiten sind in der Höhe verstellbar und somit auf das Material anpassbar. Das Untergestell ist bis auf eine Gesamtlänge von 2,40 m ausziehbar. Dadurch eignet sich das Untergestell optimal zum Sägen von langen Werkstücken. Auf beiden Seiten können Anschläge hochgefahren werden, somit sind reproduzierbare Schnitte möglich. Auf das Untergestell PDA 2400 können sämtliche Kapp-Gärungssägen sowie Paneelsägen aus dem grünen und auch aus dem blauen Bereich der Firma Bosch aufgespannt werden. Das Untergestell der PDA 2400 ist schnell zusammengeklappt und verstaut. Und nun viel Spaß mit dem Untergestell PDA 2400. Das Untergestell V meditation. Untertitelung des ZDF, 2020